können wir einfach dahin teleportieren oder erst mal gucken wegen unseren rängen da taion und senna sind level up taion du bist jetzt wertkämpfer und senna du bist jetzt ist das hier taion du darfst dann er kann es nicht mächtige wache das ist echt gerade ein bisschen blöd ein angreifer noch zu gehen zu machen halt blöd aber herr zwar machen genau einmal bitte alle ausrüsten ist ein bisschen blöd aber hey das haben wir ein bisschen ausgleich dann eine bessere ausgeglichene party der ist nicht gesperrt wer hat denn oder wer ist schwertkämpfer denn bei uns momentan ihr beide seid schwertkämpfer dann nehme ich von au aheres rittan good work feel where have you been just watching from the sidelines and i must say it was quite a spectacle in what way bedpal i forget you drones have no aesthetic sense your droll skirmish was one thing it almost put me to sleep but this here well i'd say the colony is due a promotion i recall no droll skirmish i recall no droll skirmish the one where these maggots surfaced loath some little worms plotting together with agonists then deserting their duty like the cowards they are truly disgusting and it's grace to the colony and that goes for the ones who croaked for nothing too even calling that droll is a disservice to the word croaked for nothing i know you see us as enemies but this it's our friends you're talking about even one but back then how dare you silence maggots you must still be tired from fighting rejoice that you will give me great pleasure if i crush you what do you think you're doing what do you think you're doing or the words of rebels who risked their lives for us which do you think is worth more fire it is insubordination go noah well stupid maggots where did he don't you realize the maggot that feasts on our dead that will be you we want to live we want to live that is why we fight prepare yourself console b why you he's good for nothing imbecile die musik wieder nach let's go die musik wieder nach flashback and do you go 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 am Oh Gott, ist er stark. War mit jemanden Uni? Oh. Oh mein, alles gut. Oh Gott. Komm. Zack. Okay. So. Machen wir jetzt schon mal eine Angloskette. Und benutzen Tatsachen mal die anderen speziellen Kommandos. Und hoffen, dass wir noch eine zweite Kette am Ende machen können. Was machen wir als erstes? Erstmal einen Angreifer. Machen wir das erst mal so. Zack, zack. Dann Flascheheilung. Sehr gut. Und... Wir hätten sogar fast 150 erreichen können. Beim ersten. Das ist er wohl reaktiviert. Für die Abwehr reduziert. Wut vor Angreifern und Heilern. Das war's gut. Das war's gut. Machen wir folgendes. Machen wir das hier erst mal. Dann lassen wir einen Verteidiger mal machen. Machen wir mal Verteidiger. Ah, wir sind über 100 gekommen. Kacke. Freut mich nicht. Gut, ja. Reaktivierung. Nice. Erst wird ein Gepäch mit Bonus. Das ist sehr, sehr gut. Angriffskette. Werden wir Angriffskette. Machen wir mal an sowas. Dann fangen wir mit Tayon an. Kommt ja nicht zum Schwanken gegangen. Komisch. Dann geht's weiter hiermit. Okay, okay. 97. Und dann... Schildschlag. 175, sehr gut. Vielleicht nur noch 200 kommen, wenn man richtig Glück hat. Ich hoffe, ob es dann nochmal mehr Bonus gibt. Ich sag's ja, saugeil. Sehr gut. Reaktivierung. Zwei reaktiviert. Sehr, sehr nice. Gehen wir für Bombardement. Mit dem letzten Angriff... Angriffsdingen. Machen das hier nochmal. Dann darf Tayon... Komplett einmal drauf bauen. Mit... Schwank... Zeit lang auf Schwanken. Rückfall... Machen wir das. Und 94, 98 nochmal... Sind nicht auf 100 Punkte gekommen, aber war auch trotzdem nochmal sehr gut am Ende. Er hält aber viel zu viel aus, der Junge. Poli... So... So... Zack... mal heim auch von hallo wie lange hätten wir haben danke holy shit aus lange halten Ich muss helfen. Sehr gut. Okay, okay, okay. Das hier, zweier Symco, ich möchte auch dreier Symco kommen, mit Noah und Mio, du kannst wir unsere Symco abbrechen für eine Zeit lang mit dem Debuff, auch sehr, sehr böse. Und das hier nochmal. Oh, die Spiele ist sehr stark. So, ich wollte einen Angriffsbach hier, Leute. Oh, Lee ist sehr stark. So. Zack. Oh, nice, er ist getoppelt, Leute. Er ist ohnmächtig, sogar. Okay, Symco. Wir sind in der 3 Symco. Schwanken. 2, 3. Schwanken wieder. Und dann das hier. Oh, das macht so viel Charme, ne? Auf Stufe 3. Oh Gott. Nice. Noch zu Franken gebracht. Umgeworfen. Wir waren mit ihr ein bisschen. Au. Zack. Au, 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 au. Alles umgeworfen. Okay. Okay. Ganz gerne, würde ich mich schön für das Ende aufsparen. Wenn es geht. Okay. Heilungsverbot. Oh, das tut immer weh. Vorurteilen wir mal. Zack. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zack, zack, zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, wir sterben gerade alle Leute. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh Gott. Teier und Lans müssen wieder beleben. Gott. Nein. Nein! Wir werden den Kampf verlieren. Oh mein Gott, ist das schwer. Ja, wir kommen von vorne hin. Holy shit, what? Excuse me? Let's go. Ungeworfen, sehr schön. Ohnmächtig. Zack, zack, zack. Ich weiß aber auch nicht, was ich hätte besser machen können, eben in dem Fall. Er hat halt so miese Attacken einfach. Fuck. Excuse me, hallo? Okay. Geht's denn down? Krass. Na, warum gehe ich aggro? Blinden Tanks überhaupt irgendwas? Blinden Tanks überhaupt irgendwas? Ich glaube, ich werde Mio am besten spielen gerade. Aber jetzt schon mal eine andere Kette. So. Okay, wir fangen wieder mit. Pion an, würde ich sagen. Na, ist so, als wir schwanken gebracht. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Hat irgendjemand um... Ah, umwerfen... ...hattest du umwerfen auch irgendwo? Nee, ne? Du... Was wollen wir umwerfen? Ich hab's auch das mal. Wegen umwerfen alleine. Ja, gut. Ja, gut. Reaktivierung. Von ihm. Das ist sehr gut. Ähm... Wenn er in Ohn macht. Fangen wir mit ihr erstmal an. Yes, yes. So, so, so. Dann machen wir Ohnmacht. Sehr gut. Wir sind auf 80. Das hier. Wir sind auf 99. Und dann kommt Tyon. Macht uns richtig viel Ding ins rein. Das hier. Mhm, mhm, mhm. Ja, schön. Zwei werden revived jetzt. Sehr gut. Reaktivierung. Boah, Tyon ist aber auch spark dabei. Machen wir das hier. 25. 25. Hm. Machen wir so. 30. Dann sind wir bei 70. Die wird zu viel machen, oder? Wenn ich unten vielleicht das mache, dann nicht. Machen wir mal den unteren Angriff. Und hoppen. 85. Okay, okay, okay. Dann machen wir das hier. Mh, mhm, mhm. Mh, mhm. Mh, mhm. Mh, mhm. Wieder sehr gut. Das will ich sehen. Mh, mhm. Mh, mhm. Hä? Da geht ein bisschen mehr Angriff ziehen, wenn es geht. schwanken ich habe mein umwerb natürlich genau jetzt nicht okay noch ungeworfen bekommen aber das war es mit mir und an der wert ich war aber das schwierig werde ja pass 3 also die das gab gestorben und nur auf wieder eine angriffskette starten wenn es geht jetzt auch gerade umgeworfen angriffskette let's go machen wir ihn als erstes der ist eh gerade am schwanken ob wir das erneuern können also sowas gibt es nicht so stat erneuerungen fläche heilung ist sehr wichtig gerade zumindest und dann machen wir umwerten am ende sehr gut 130 kurzum schön gut reaktivierung erzieht von heilern reduziert angst für die physische abwehr machen wir das dann fangen wir mit mir an und machen das hier zu wenig punkte heißt wir machen das hier dann kommt lans rein macht das hier dann hoffen wir das tion damit jawohl auf 150 kommt sehr schön blitzschnelle oder blitzschnelle sehr gut aktivierung keine guten aktivierungen leider jetzt hier werden ein steuer gut aber das hier fangen wir hiermit an an yes 49 das wird ok wir sind kurz vor 100 nice 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 und machen wir das noch am ende sind wir nochmal auf 150 gekommen das ist sehr nice gewaltige boge sehr gut noch mal reaktivierung da sage ich nicht nein wir machen diesmal den angriff angriff weil ich glaube die an richtigen angreifer machen mehr schaden auch heilen wir nochmal wir machen ohnmacht yes und dann gehen wir für rückangriffsbonusschaden wir machen das obere es ist nicht nochmal 150 erreicht aber noch mal gut schaden gemacht und er soll halt auch noch mal gut drauf hauen yes sehr schön ok ich glaube das war noch besser gesammenschaden bisher ja ich bin Zeit. Komm, gib mir meinen Ouroboros. Come on. Danke. Hallo? Geht auf. Geht auf. Geht auf. Geht auf. Geht auf. Das nochmal. Ah, schade. Come on, wer kann ihn... Ah ne, ich könnte ihn runter machen oder? Ah, kacke my bad. Oh, er ist umgeworfen worden oder sogar noch Tatsache. Schade, ist habe ich leider keinen Smash mehr. und ja wie viel schau macht es auf mir fast fast ein tuch der krass an das geht an das geht an das geht an das zum schranken gebracht in weiter auf ihm zu verbarmen sehr schön punkte limit und machen umwirken können da gerade nicht welche oder rückprall einfach das obere gästen tapbara angriff gut ja wer gewährung r plus 15 steuert die ruhe reduziert werden war das fangen wir damit versuchen zu schranken zu bringen naja schade wieder nicht geklappt da ja dann das hier das ist auf jeden fall keine gute kette diesmal wir haben nicht so viel glück gehabt mit der reanimation und machen wieder umwerfen hiermit ich meine hier einen sehr gut erhalten das ist gut oder sehr gut ich möchte mal teilhaben weil teilhaben hat nicht verdammt gut bringen sie mal tp gedöhnt machen wir ihn halt als letztes dann gegessen so machen wir das auch 50 tp und dann maulet ihr leider aber keine gute kette diesmal schutz und stürmen gut ja jetzt kommt teilung als letztes dann ja da ist egal was wir machen ich kann ihn nur noch mit teil und angreifen naja 74 das heißt wir können nicht mal oh god damn it hälfte vom schaden was wir vorhin gemacht haben circa so oroboros ich glaube dann haben wir noch mit von zu gewinnen weil wir nicht sterben können yes oh mein gott also der kampf war echt schwer aber wir haben's geschafft also das für heute eigentlich der Kampf war echt schwer aber ist geschafft aber wir haben aber wir haben's geschafft wir haben's geschafft